Jo moin Leute, herzlich willkommen zur Formel 1 Saison 23 Prediction aus Barcelona, Spanien. Los geht's heute auf dem Rennen mit dem Rennen live auf Sky Sport F1 und im F1-TV. Das Rennen gewinnt Max Verstappen, Herzlinger und Stein, dazu Fernando Alonso, vor Nico Hülpenberg, 4. wird Pierre Gasly vor Nick de Fouilly, 6. und 7. wird Fernando Norris und Esteban Ocon und 8. auf den 8. Platz kommt ins Ziel Charles Leclerc. So, das war's mit dem großen Preis von Spanien in Barcelona. Mit dem Rennen der Fummel 1 Saison 20, 23 bis 5. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Dornchen nach unten, vergesst kein Abo, dann nimmst das Glöckchen, das nicht befestigt aktivieren, dann passt dir keine Benachrichtigung auf dem Channel. Und am 17. und 18. 6. geht's weiter mit dem großen Preis von Kanada in Montreal. Bis dann a good way. Ciao!